Hallo und herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir möchten euch heute die mobile Anwendung vom Online-Shop Roland vorstellen. Ich denke den Online-Shop für Schuhe, für Damen und Herren und auch Kinder werden schon viele von euch kennen. Und wir stellen euch heute einfach mal die kostenlose mobile Anwendung vor. Hier auf der Startseite werden gleich unterschiedliche Dinge verknüpft. Zum Beispiel gibt es hier oben den Online-Shop, dann die einzelnen Kategorien wie Damen, Herren und Kinder. Und Sport ist noch mit dabei und zwischendurch werden auch die aktuellsten Attraktionen und Angebote angezeigt. Und unten gibt es auch noch mal einige weitere Informationen zu Facebook und dem Newsletter zum Beispiel. Der wichtigste Bereich ist aber eigentlich der zweite Reiter hier, denn das ist der klassische Online-Shop. Hier kann man sich gleich überlegen, welche Schuhe man sucht. Zum Beispiel hier für Herren, natürlich gibt es hier oben auch noch Filter, die man einstellen kann, wenn man es denn möchte. Aber ansonsten kann man auch gleich auf die Detailseiten der einzelnen Schuhe gehen. Die werden einem dann hier angezeigt und man kann sie, wenn man hier die Größe gewählt hat, auch ganz einfach in den Warenkorb legen, um sie dann vielleicht später zu kaufen. Das ist übrigens auch von unterwegs möglich. Hier ist der Online-Shop sehr populär und groß verlinkt, aber es gibt auch eine Filialsuche, die wir euch zeigen möchten. Dort kann man oben einfach ein Suchwort eingeben, zum Beispiel nehmen wir einfach mal Berlin. Klicken jetzt auf Suchen und dann werden hier die Filialen in Berlin angezeigt. Es sind immerhin einige und da gibt es dann natürlich auch die Details, wie die Kontaktdaten, die genaue Adresse also und die Öffnungszeiten hier. Man kann sie dann auch direkt vor Ort anprobieren, wenn man möchte und natürlich dann dort kaufen. Es gibt dann noch einen Scanner, der ist einmal für die Produkte, also die QR-Codes, die man hier ins Bild bringen kann. Und zusätzlich gibt es noch einen Scanner, mit dem man die Fußgröße, also die Schuhgröße feststellen kann. Das ist ziemlich praktisch, da braucht man ein Blatt DIN A4 und da muss man ganz einfach seinen Fuß mit Socke scannen und dieses System erkennt dann die Schuhgröße. Das ist natürlich besonders praktisch und man muss dann nicht extra in den Laden. Es gibt dann noch den Bereich mehr, hier wird nochmal das Impressum angezeigt. AGB, Datenschutz, Kontakt, Kundenservice, Newsletter und Feedback ist ebenfalls mit dabei. Und das war dann auch schon die gesamte Anwendung vom Roland Online Shop. Uns persönlich gefällt sie ziemlich gut und es ist ein sehr hoher Service hier für Roland Kunden. Das war es von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.